Eventuell gibt es so zwar mehr subklinische autistische Frauen innerhalb einer entsprechenden Testumgebung, dennoch können diese subklinischen Frauen im echten Leben und in der echten Gesellschaft ein gleiches oder manchmal sogar höheres Maß an Schwierigkeiten aufweisen als autistische Männer. Was ist der große Unterschied zwischen autistischen Frauen und autistischen Männern? Welchen großen Vorteil haben autistische Frauen hinsichtlich der Kommunikation? Und was hat das damit zu tun, dass es eventuell auch generell weniger autistische Frauen als autistische Männer gibt? Ja, mit dieser Fragestellung beschäftigen wir uns ganz ausführlich in diesem Video. Und zur Beantwortung habe ich euch auch eine ganz aktuelle Studie, erst wenige Monate alt, veröffentlicht im Frontiers Magazine mitgebracht. Welche wir uns zusammen ganz genau anschauen werden. Das bedeutet, in diesem Video und ganz generell auch auf meinem YouTube-Kanal bekommt ihr aktuelle Wissenschaft zum Thema Autismus. Deswegen abonniert auf jeden Fall diesen YouTube-Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und euch für das Thema Autismus interessiert. Ja, aber bevor wir auf diese neue Studie zu sprechen kommen, vielleicht noch ein bisschen Background zu dem Thema, das wir in diesem Video besprechen. Ja, die Forschung hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass es deutliche Unterschiede zu geben scheint zwischen autistischen Frauen und autistischen Männern. Und es wurde auch immer wieder darüber spekuliert, ob diese andere autistische Präsentation bei Frauen auch dazu führt, dass sie eventuell diagnostisch immer wieder durchs Raster fallen, weil sie eben durch die aktuellen Diagnose-Kriterien nach ICD-10, nach ICD-11, nach DSM-5 ja eben nicht gut abgebildet werden können. Und diese Diagnose-Kriterien eventuell schlicht und ergreifend mehr auf das klinische Erscheinungsbild autistischer Männer zugeschnitten sind. Es wurde auch darüber spekuliert, ob es nicht eventuell eine hohe Dunkelziffer von autistischen Frauen gäbe, die also durch dieses Raster hindurchfallen. Eventuell sogar so viele autistische Frauen im Sinne einer Dunkelziffer, dass es in Wahrheit, wenn man die Diagnose-Kriterien ein bisschen anpassen würde, es genauso viele autistische Frauen auf dem Spektrum geben würde wie autistische Männer. Ja, ich habe auf diesem YouTube-Kanal schon häufiger argumentiert, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil wir auch aus der Wissenschaft wissen, dass es einen gewissen neurobiologischen Schutz bei Frauen gibt, die autistisch zu werden, ein klinisches autistisches Störungsbild zu entwickeln. Das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass eines der wichtigsten Kriterien im Hinblick auf Autismus, so ist Autismus nun einmal definiert, eben die Probleme in der sozialen Interaktion darstellt. Und wir wissen nun einmal, dass alle Frauen statistisch gesehen, nicht den Einzelfall betrachtet, aber die große Masse betrachtet, dass alle Frauen erst einmal kommunikativer sind als Männer. Und das Gleiche gilt auch für autistische Frauen im Vergleich zu autistischen Männern. Und da kann es nun einmal passieren, dass wenn wir eine Frau haben, welche einen gewissen genetischen Impact Richtung Autismus hat, dass diese Frau zwar in ihren kommunikativen Fähigkeiten eingeschränkt wird, weil Frauen aber grundsätzlich bessere kommunikative Fähigkeiten haben als Männer, diese Frau allerdings trotz Reduzierung durch ihren angeborenen genetischen autistischen Impact immer noch nicht, was ihre Kommunikationsfähigkeit anbelangt, ein klinisches Niveau erreicht. Und dann diese Frau mit einem gewissen genetischen Impact Richtung Autismus vielleicht immer noch genauso gute kommunikative Fähigkeiten hat wie ein neurotypischer Mann. Ja, und dann ist natürlich das klinische Kriterium der klinisch signifikanten Einschränkungen oder Probleme im Hinblick auf die Kommunikation nicht erfüllt. Und dann dürfen wir keine klinische Diagnose auf Autismus stellen. Ja, das war jetzt sehr kompliziert. Wer das nochmal im Detail nachlesen möchte, dem mache ich die Empfehlung mal auf meiner Internetseite vorbeizuschauen. Autismus-Spektrum.info heißt die. Link findet ihr auch in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Artikel von Privatdozent Dr. Fritz Georg Lenert. Das ist ein international anerkannter Experte zum Thema Autismus, der sich ganz, ganz viel mit dem weiblichen Phänotypen im Autismus-Spektrum beschäftigt hat und der mir freundlicherweise einen entsprechenden Artikel für meine Webseite zur Verfügung gestellt hat. Ja, und in diesem Artikel könnt ihr diesen ganzen Kauderwelsch, den ich hier gerade von mir gegeben habe, noch einmal nachlesen, wenn ihr das wollt. Das war jetzt erstmal der ganze theoretische Background, welchen wir kennen sollten. Zumindest ist es nicht verkehrt, wenn wir verstehen wollen, was ich jetzt in diesem Video berichte und was vor allen Dingen auch die ganz, ganz neue Studie herausgefunden haben will. Ja, diese neue Studie hat sich mit den kommunikativen Fähigkeiten von autistischen Frauen und autistischen Männern befasst. Und sie hat dabei herausgefunden, dass autistische Frauen übrigens auch wieder wie alle Frauen, ja, einen deutlichen Shift dahingehen haben, dass sie, was ihre auditive Verarbeitung anbelangt, ja, dass sie hier, ähm, dass sie hier priorisiert auditiv wahrnehmen. Bei autistischen Männern hat man im Rahmen dieser Studie hingegen gefunden, dass autistische Männer eher eine Priorisierung, ein Shift in Richtung visuelle Wahrnehmung haben. Insbesondere im Bereich der Hörschärfe hätten autistische Frauen einen deutlichen Vorteil im Vergleich zu autistischen Männern, was ihnen vor allen Dingen das Sprachverständnis erleichtert und auch zu einer höheren sozialen Motivation führt, überhaupt mit anderen zu kommunizieren. Das ist hier ganz, ganz wichtig festzuhalten. Das heißt in einem Satz, autistische Frauen haben einen Wahrnehmungsdrift hin zur auditiven Wahrnehmung, Verarbeitung, autistische Männer haben einen Shift hin zur visuellen Wahrnehmung. Und in der Studie dazu heißt es, was ich euch hier vorlesen von mir ins Deutsche übersetzt einmal gerne möchte. Zitat, die Ergebnisse der Studie bestätigen geschlechtsspezifische Unterschiede bei der unisensorischen Beziehungsweise multisensorischen Verarbeitung, wobei Frauen eine überlegene auditive Verarbeitung zeigen, die mit besseren sozialen Kommunikationsfähigkeiten bei der unisensorischen Verarbeitung verbunden war, wohingegen die multisensorische Verarbeitung mit mehr Problemen im sozialen Bewusstsein verbunden war. In der männlichen Gruppe zeigte sich hingegen die visuelle Verarbeitung, bei der es keinen Zusammenhang mit sozialen Fähigkeiten in der unisensorischen Verarbeitung gab. Bei der multisensorischen Verarbeitung war eine visuelle Dominanz mit Schwierigkeiten und im Hinblick auf die soziale Rigidität verbunden. Dies stützt unsere Annahme, so heißt es weiter in der Studie, dass Autismus-Spektrum-Störungen durch unterschiedliche Geschlechtsphänotypen dargestellt wird. Es steht auch im Einklang mit früheren Untersuchungen zu geschlechtsspezifischen Unterschieden bei den Autismus-Spektrum-Störungen, die zeigen, dass Männer ein rigideres Verhalten zeigen als autistische Frauen. Frühere Untersuchungen an Kindern mit Autismus haben geschlechtsspezifische Unterschiede in der Darstellung starrer Verhaltensweisen festgestellt, wobei Jungen eher dazu neigen, Stereotype, Verhaltensweisen und eingeschränkte Interessen zu zeigen, während Mädchen zwanghafter auf Gleichheit bestehen und selbstverletzendes Verhalten zeigen. Ja, jetzt habe ich hier gerade schon zwei neue Begriffe genannt, die ich vorher noch nicht genannt hatte. Und das ist die unisensorische Verarbeitung beziehungsweise die multisensorische Verarbeitung. Und nochmal, das habe ich gerade vorgetragen aus der Studie, Es wurde festgestellt, dass eben dieser Shift hin zur auditiven Verarbeitung bei autistischen Frauen diesen Frauen einen Vorteil in Situationen bietet, in denen eine unisensorische Verarbeitung beziehungsweise Kommunikation gefragt ist. Ganz wichtig zu verstehen, aber dass es ihnen keinen Vorteil oder eventuell sogar Nachteile einbringt in Situationen, die multisensorisch sind. Was heißt das alles? Eine unisensorische kommunikative Situation könnte zum Beispiel das Telefonieren sein. Unisensorisch, das heißt nur ein sensorischer Kanal wird angesprochen. Kommunikation, in diesem Fall das Gehör, okay? Und wir haben ja am Anfang oder an einer früheren Stelle dieses Videos auch schon darüber gesprochen, dass die Hörschärfe bei autistischen Frauen höher ist, was sie sozial mehr motiviert zu kommunizieren. Auch hier wieder, das perfekte Beispiel ist das Telefonieren. Naja, und das alles ist bei autistischen Männern nicht der Fall, denn die haben ja einen Shift mehr in Richtung visuelle Wahrnehmung. Autistische Männer verarbeiten ihre Umgebung eher visuell. Ganz wichtig zu verstehen. Man hat aber, und das habe ich ja auch hier gerade gezeigt, festgestellt, dass eben diese kommunikativen Vorteile sich dann verflüchtigen, wenn wir uns nicht mehr in einer unisensorischen Situation befinden, wo eine unisensorische Kommunikation gefragt wird, sondern in einer komplexeren Situation, wo es viel mehr Umweltreize gibt. Zum Beispiel eine Party oder zum Beispiel eine Situation, bei der es mehrere Sprecher gibt und nicht nur die eine Person, die man am Telefon hat. Hier hat die Studie auch ganz klar gezeigt, dass sich die sozialen Schwierigkeiten bei autistischen Frauen und autistischen Männern angleichen. Dass hier die autistischen Frauen genauso viele Schwierigkeiten haben wie die autistischen Männer. Tja, und das bringt uns zu einem ganz, ganz interessanten, ja, fast schon heiklen Punkt im Hinblick auf die Diagnostik von autistischen Frauen. Wenn wir uns einmal eine typische Diagnosesituation anschauen, dann sind das immer Diagnosesituationen, die sozial nicht übermäßig komplex sind. Naja, ein Diagnosegespräch, das führt man meistens zusammen mit dem Diagnostiker, eventuell ist noch eine weitere Person, die Mutter zum Beispiel dabei, gerade natürlich auch bei kleineren Kindern. Ja, aber man führt diese Diagnosegespräche nicht auf einer Party. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und ich, und das spekulieren auch die Autoren dieser Studie, könnte mir jetzt gut vorstellen, dass autistische Frauen nicht deshalb durch das Diagnoseraster oder das Raster der Diagnosekriterien hindurchfallen, weil die Diagnosekriterien als solches nicht gut auf weibliche Autistinnen zugeschnitten wären, sondern weil das Diagnoseverfahren als solches die sozialen Schwierigkeiten von autistischen Frauen nicht erkennen kann, weil die Diagnosesituation, welche soziale Schwierigkeiten er testen soll, nicht komplex genug ist, die Defizite und die Einbrüche in der sozialen Funktionalität von Frauen herbeizuführen. Ganz, ganz wichtig und interessant. Und dazu schreiben auch die Autoren in der Studie, Zitat, Man könnte durchaus davon ausgehen, dass Frauen biologisch vor Autismus-Spektrum-Störungen geschützt sind. Anmerkung von mir, darüber haben wir Anfang des Videos gesprochen. Wie manche behaupten. Allerdings würde man meinen, dass ein Schutz dazu führen würde, dass Frauen auch weniger ausgeprägte Probleme in der sozialen Reaktionsfähigkeit haben, im Hinblick auf komplexe soziale Situationen, was jedoch nicht der Fall ist. Die Frage, die wir uns daher stellen müssen, ist, ob ein unisensorischer Verarbeitungsvorteil tatsächlich ein Vorteil in einer modernen, komplexen Gesellschaft von heute ist. Eventuell gibt es so zwar mehr subklinische, autistische Frauen innerhalb einer entsprechenden Testumgebung, dennoch können diese subklinischen Frauen im echten Leben und in der echten Gesellschaft ein gleiches oder manchmal sogar höheres Maß an Schwierigkeiten aufweisen als autistische Männer. So die Autoren von mir ins Deutsche übersetzt in ihrer Studien. Tja, und ich glaube, dass ganz, ganz viele autistische Frauen unter meinen Zuschauern sich auch davon abgeholt führen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ja, geht es euch so, dass ihr euch in komplexen sozialen Situationen vollständig überfordert seht und ärgert es euch manchmal, dass euch Leute in eurem Umfeld sagen, ey, ihr habt doch gar keine kommunikativen Schwierigkeiten und die das vielleicht nur sagen, weil sie gerade zu zweit mit euch um die Häuser ziehen oder mit euch telefonieren und ihr euch denkt, ey, mein Gott, du hast mich noch nie auf der Arbeit oder auf einer Party, wenn ich da mal überhaupt hingehe, gesehen. Ja, du weißt doch gar nicht, was ich für soziale Schwierigkeiten manchmal habe. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr generell zu dieser Untersuchung hier haltet. Die Untersuchung habe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung gepackt. Wer das nochmal nachlesen möchte, alles ganz transparent hier auf diesem Kanal. und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel mehr übrig, als mich einfach bei euch zu bedanken, dass ihr bis zum Ende dieses Videos dabei geblieben seid. Wie gesagt, wenn euch das Thema Autismus interessiert, abonniert gerne diesen Kanal. Es gibt jede Woche mindestens ein neues Video zum Thema Autismus und wenn ihr mich und diesen ganzen YouTube-Kanal sogar unterstützen möchtet, dann werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Darüber freue ich mich wirklich und damit stellt ihr sicher, dass ihr auch in nächster Zeit und hoffentlich für die nächsten Jahre immer neue Videos, insbesondere auch zum Thema Autismus, kommen. Ansonsten haltet einfach wie immer die Ohren steif. Danke für euer Sein und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.